Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens der Lidax am heutigen Mittwoch, dem 30. November 2022. Wir blicken auf den heutigen Tagesverlauf des Deutschen Aktienindex und ja, was hat sich in Summe getan? Man muss sagen, nicht allzu viel, denn wir sehen, dass der Deutsche Aktienindex mit einem kleinen Plus von 0,29% zwar aus dem heutigen Handel gegangen ist, aber man wartet natürlich auf die Impulse der amerikanischen Wall Street. Warum genau? Wichtige Informationen zur weiteren Geldmarktpolitik sowie wichtige Konjunkturdaten stehen eben in dieser Woche auf der Agenda und sind natürlich auch für den Deutschen Aktienindex von großer Bedeutung, sodass eben hier dann eine mögliche weitere Kursrichtung dann auch hier mit in die Wege, in die nächste Richtung dann auch mitgegeben werden kann. Also es ist und bleibt eben, muss man wirklich sagen, abhängig nun von der weiteren Entwicklung der amerikanischen Wall Street. Und wenn wir einmal auf die Aktie des Tages blicken, an dieser Stelle nämlich der Blick auf die Aktie von Airbus, sehen wir, an einem wichtigen horizontalen Kurswiderstand ist die Aktie vorerst zumindest abgeprallt. Auf Wochensicht und zwar in dieser Handelswoche sehen wir, dass die Aktie rund 4% im Minus notiert und damit könnte hier tatsächlich nun eine wichtige Kursumkehr vonstatten gehen. Man muss jetzt ein bisschen noch schauen, Sie sehen es, ein ehemaliger querverlaufender Abwärtstrend, der müsste noch unterboten werden, dann dürfte auf jeden Fall wohl ein Retest der Marke von 103 Euro sein. Das gleicht eben dann dem mittleren Bollinger Band. In diesem Sinne, einen schönen Abend nun und bis morgen früh, natürlich dann wieder mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street. Und dann wieder mit dem Blick auf die Aufmerksamkeit. Und dann wieder mit dem Blick auf die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020